Tasker ist unter den Automatisierungs-App für Android die mächtigste. Hier kann man besonders viele Funktionen und Ereignisse des Handys als Auslöser benutzen, um bestimmte Aufgaben automatisiert zu starten und wir wollen das jetzt auch mal gleich ausprobieren. Wir fangen mit einem einfachen Beispiel an und zwar soll es darum gehen, dass das Smartphone, wenn es am Netzteil hängt, uns darüber benachrichtigt, dass es fast fertig geladen ist. Dazu wechseln wir jetzt auf den Reiter Profile und legen quasi ein neues Profil an. Profil heißt bei Tasker, hier kann man neue Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Ereignissen machen. So, ein neues Profil legen wir an, indem wir auf den Plus-Button am unteren Bildschirmrand klicken und dann wird ein neues Profil hinzugefügt. Wir können jetzt hier verschiedene Kontexte, heißt das hier bei Tasker, auswählen und wir wollen jetzt als erstes einen Status und zwar nehmen wir den Status Laden und dann Status Akkustand. Und jetzt können wir quasi definieren, zwischen welchen Ladeständen unsere Aufgabe nachher ausgeführt wird. Wir wollen es kurz bevor es fertig ist mit dem Laden nehmen, sagen wir deswegen von 96 bis 100 Prozent. Man sieht hier schon, die Übersetzung stimmt nicht so ganz. Immer bei Tasker leider von und zu, eher von und bis. Das fällt einem leider immer wieder auf und nervt dann auch manchmal, weil man manchmal dann auch Sachen verwechselt. So, jetzt können wir hier einen neuen Task, eine neue Aufgabe hinzufügen. Die müssen wir immer auch benennen. Ich nenne jetzt mal Laden. Und jetzt ist diese neue Aufgabe verknüpft mit unserem Profil und wir können hier Sachen hinzufügen. Jetzt fügen wir einen Alarm hinzu und wir fügen zum einen einen Benachrichtigungston an. Dem müssen wir auch irgendeinen Namen geben, weil das ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Und das bedeutet, das Gerät gibt einen Ton aus. Und wir wollen jetzt aber noch einen zweiten Alarm einfügen, nämlich, dass sich das Smartphone auch einen Ton ausgibt. Und zwar nehmen wir da Vorlesen. Das heißt Alarm und Vorlesen. Und hier können wir jetzt auch einen Text vorgeben, den die computergenerierte Stimme vorliest, wenn das Handy geladen ist. Das heißt, in dem Moment, wo das Netzteil auf einen bestimmten Wert, auf einen bestimmten Level kommt, 95, 96 Prozent, dann wird das vorgelesen. So, wir haben jetzt diese beiden Aufgaben zu unserem Task zusammengefügt. Also man kann auch mehrere Aufgaben zu einem Task zusammenfügen. Und dieser Task, diese Aufgaben werden ausgelöst, wenn wir an diesen Punkt kommen. So, jetzt wollen wir aber, dass dieses Ereignis nur dann auch ausgeführt wird, wenn das Gerät an einem Netzteil hängt. Dazu gehen wir jetzt lange auf Akkustand, gehen wir hier drauf, mal hinzufügen und fügen ein weiteres Ereignis hinzu. Und zwar auch wieder Status, auch wieder Laden, aber jetzt Power. Und jetzt können wir quasi dem Tasker anweisen, dass es nur auslöst, wenn es an der Steckdose direkt hängt. Also nicht am Rechner per USB geladen wird oder über eine drahtlose Lade-Technik. So, und jetzt müssen beide Ereignisse erfüllt sein. Der Akkustand muss zwischen 96 und 100 Prozent liegen und das Gerät muss auch tatsächlich an der Steckdose sein. Dann wird unser Profil ausgeführt. Dann wird unser Profil ausgeführt.